Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind hier bei der Firma Rubis. Alles schön bunt, tolle Kostüme und ich habe auch Kostüme für kleine Menschen entdeckt. Was hat das denn damit auf sich? Rubis Kitzlein ist eben nicht ein richtiges Kostüm, sondern sowas, was ein Mädel eben auch im ganz normalen Leben anziehen kann. Was aber bei unseren Produkten besonders gut ist. Wir müssen bei den Kostümen, weil sie der Spielware zugehören im Karneval, nicht nur nach Textilrichtlinien, sondern auch nach der Spielwarenorm testen. Das heißt also, diese Nicht-Kostüme, sage ich jetzt, müssen auch nach beidem getestet sein und sind somit für die Kinder noch sicherer als normale Bekleidung, die vielleicht irgendwelche Trucke oder Röckchen dran hat. Ich sehe jetzt aber nur Mädchenkleidung. Macht ihr denn auch was für Jungs? Nicht nur die Mädels bekommen bei uns was, sondern auch die Jungs sind nicht vergessen worden. Wenn Gleiches für die immer etwas schwieriger ist, weil die schon jünger etwas noch cooler sein wollen. Wir haben hier aber auch was mit Traktoren für die kleinen Jungs aufgenommen, einen Ninja und einen Dino und werden hier sicherlich auch noch weiter ausbauen. Wurde Ihnen präsentiert von Messebauer.com Wir machen Messebau.